Der Kultor, ja, der hat schon sein schönes Album fertig. Verleihungsweites Album heißt er so gewollt. Letztes Jahr Oktober erschienen. Und wir haben auch das, was wir in den letzten vier Jahren mit euch, mit vielen von euch erleben, durften, auch festgehalten auf eine Live-DKD. Und die ist auch im Beginn dieser Tour veröffentlicht worden. Und ich bin sehr, sehr stolz darauf. Ich bin ohne euch, oder das Wort mit dir zu ihm. Ich bin ohne euch, oder das Wort mit dir zu ihm.